jetzt ja ich hab mich so gar nicht versteckt wenn du nicht auf der straße stehst ist echt flott ich habe schon red gold drin das ist mal gucken wie viele leute das sind alles abchecken was sagen ich sehe eine ausgestiegen zwei ausgestiegen wollen wir denn alles klauen oder wer labert von euch doch ich glaube ich habe die bessere position zum warte warte ich sehe nicht alle diesen schilder die mauer was sagst du torsten einer guckt hinter der mauer hinter die mauer wo ich bin einer verkauft und der andere gibt decken so wie das aussieht ja ich sehe die waffen halt nicht genau gar nichts hier ja genau definitiv dann redet elias oder sonst jemand aber nicht ich weil ich sehe sie hier ich habe eine gute position ihr rückt dann alle an ja ja klar einer bewegt sich richtig auf die zu ich ja ja die haben schnellfeuerwaffen das heißt schnellfeuer einer läuft jetzt hinter die mauer einer spottet euch glaube ich einer kann euch sehen ja aber jetzt einfach mal reden einer ist hinter der mauer kommt wieder nach vorne der andere gibt fleißig ab ich sehe nur noch der eine laster fährt los ok überfall angriff das ist jetzt der andere ist auch ein laster eingestiegen so leute einmal aussteigen bitte da ist ein überfall stehen bleiben stehen bleiben wer schießt da wer schießt da wo ist der andere der ist ausgestiegen hat auf mich geschossen das ist definitiv disabled das kann nicht mehr weg der andere er sollte anhalten ich wurde angeschossen ok wenn er da jetzt ich schieß weiter drauf ich lege mich hin und schieß weiter drauf ich kriege die distanz zu ihm nicht genau rein sitzt noch im auto sitzt immer noch im auto bitte einmal die hände auf ok ist er tot er hat es verkackt scheiße was denn hier los ist das unser heli nein nein aber ist egal raub ihn aus hast du den anderen schon ausgeraubt ne ich konnte ich nicht nimm mal red gold ja schmeißt doch ein red gold dann hast du es doch ich habe doch schon zwei genommen alter ok wo ist der zweite kannst du dann scheiße bullen was scheiße ich höre sirenen eine alte hacke man ich kann nicht laufen ja scheiße das ist doch sowas von behindert ey scheiße man renn hey Patrick wo bist du ganz am heli scheiße aber ich steig nicht ein ich werde einfach weg boah ich bin so gefickt jetzt es ist so schweißig ich habe die 500.000 von denen ey echt oh fuck wo sind denn die bullen wegen diesem verfickten laufen ey vielleicht sind es auch nicht die bullen es sieht aus wie ein medic das ist ein medic reg dich nicht auf für die es ist ein medic boah komm wir holen die mit dem heli jetzt ab wir holen ab ja jetzt bitte schnell ja schnell wir kommen wir kommen alles gut scheiße alles gut lauf irgendwo speicher mal bitte das video david ähm mit ja ich lasse ja